Ja, die Visafreiheit also nach wie vor schwer umstritten in Brüssel und Berlin. Ellen Inni hat für uns den aktuellen ARD Deutschland Trend. Ellen, wie kommen denn die Vorschläge von der EU-Kommission zur Visafreiheit in der deutschen Bevölkerung an? Also ganz wichtig, wir haben gefragt, bevor heute die EU-Kommission diese Empfehlung bezüglich Visafreiheit ausgesprochen hat. Und wir haben eine klare Antwort bekommen. Wir wollten nämlich wissen, wie finden Sie das, dass die Visapflicht für türkische Staatsbürger aufgehoben werden soll? 33 Prozent sagen, das ist eine gute Idee, aber eine Mehrheit von 62 Prozent sagt, nein, das ist keine gute Idee. Über Visa-Erleichterungen wird ja schon sehr lange diskutiert, aber dass die jetzt mit der Türkei so schnell kommen sollen, Ende Juni ja schon, das liegt daran, dass das ein Bestandteil des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes ist und den lehnen die Deutschen mehrheitlich auch ab. Ellen, diese Woche war ja auch noch ein anderes EU-Projekt im Fokus, das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Da sind ja zum Wochenbeginn geheime Verhandlungspapiere an die Öffentlichkeit gekommen. Wollen die Deutschen denn TTIP? Da gibt es auch eine ganz klare Antwort. Nein, die Deutschen wollen mehrheitlich nicht dieses Freihandelsabkommen. Wir wollten nämlich wissen, bringt TTIP für Deutschland eher Vorteile? Das bejahen nur 17 Prozent der Befragten. Das sind 14 Punkte weniger im Vergleich zu Juni 2014, als wir diese Frage zuletzt gestellt hatten. Eine ganz klare Mehrheit von 70 Prozent aber sagt, nein, TTIP bringt vor allem Nachteile für Deutschland. Das sind 15 Punkte mehr im Vergleich zu vor zwei Jahren. Interessant ist es jetzt, wenn man sich bei den Nachteilen mal die Parteiangehörigkeit anguckt, nämlich von den Regierungsparteien. Die treiben ja die Verhandlungen gerade voran. Aber sogar da sagen die Unionsanhänger, 59 Prozent TTIP bringt eher Nachteile für Deutschland. Und bei den SPD-Anhängern sagen das sogar 73 Prozent. Also eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Freihandelsabkommen, die sich durch alle politischen Lager zieht. Jetzt wollen wir mal auf die Gründe gucken, warum das so ist. Wir haben mehrere Aussagen zu TTIP zur Debatte gestellt. Unter anderem diese hier. Ich habe Sorge, dass durch TTIP der Verbraucherschutz in Deutschland geschwächt wird. Da stimmen 79 Prozent dieser Aussage zu. Nur 16 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu. Wir wollten auch wissen, ob Sie es richtig finden, dass die Verhandlungen bislang geheim gehalten wurden. Nur 13 Prozent sagen, ja, das ist richtig, das muss bei solchen Verhandlungen so sein. Eine ganz klare Mehrheit von 83 Prozent sagt, nein, ich finde es nicht richtig, dass da bislang hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde. Also insgesamt eine sehr kritische, sehr ablehnende Haltung der Deutschen gegenüber TTIP.